So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go und ich möchte heute mein Wuffels zu Wolverog entwickeln, aber in der Zwielicht-Edition, in der Zwielicht-Form. Das gab mir ein paar Rätsel auf, denn es wurde ja angekündigt, dass beim Weiße Odyssee-Event die Zwielicht-Form von Wolverog da ist. Dann hieß es, man kann die nur brüten, muss Glück haben, dass du überhaupt ein Wuffels aus dem Ei bekommst und da muss das Wuffels dann aber auch noch das Richtige sein, was sich zur Zwielicht-Form entwickelt, denn das ist nicht garantiert, dass jedes Wuffels sich entwickeln kann. Feldforschungen, kann Wuffels rauskommen, muss nicht sein, dass sich das entwickeln kann zur Zwielicht-Form. Raids, kannst du Raids machen, muss nicht sein, dass sich das zur Zwielicht-Form entwickelt. Das Einzige, was garantiert war, war ja, wenn du aus der Abenteuer-Sync-Wochenend-Belohnung ein Ei gekriegt hast, wo ein Wuffels rausgekommen ist, dass das dann garantiert die Zwielicht-Form war und viele haben schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit auf ein Wuffels, was man zur Zwielicht-Form machen kann, ist einfach extrem selten. Ich habe jetzt letztens aber trotzdem, wenn ich hier mal Wuffels eingehe, ein Wuffels gebrütet, was man zur Zwielicht-Form entwickeln kann und ich habe jetzt nicht mit vielen Brutmaschinen gearbeitet, ich spiele ja ohne Geld, das heißt, ich nutze dann die Brüter, die mir so gegeben werden aus den Aufgaben oder wenn mal ein Ticket gegiftet wird. Ich selber mache eigentlich fast alles nur mit der unendlichen Brutmaschine. Manche hebe ich mir dann auf, weil vielleicht für ein Eier-Video, wenn ich mal zwölf, zwölf Kilometer Eier zusammen habe oder so, dass da was Gutes bei rumkommt. Und in meinem allerersten 2-Kilometer-Ei seit Event-Beginn ist ein Wuffels geschlüpft und das war schon direkt das Richtige, was man zur Zwielicht-Form machen kann. Das war auf jeden Fall extremes Glück. Andere haben gesagt, sie haben schon 30 Eier gebrütet, haben schon 18 Wuffels rausgekriegt und haben noch keins dabei. Jetzt gab es aber einen Trick, den habe ich eben auch ausprobiert am Montag. Ich wollte Dienstag eigentlich was anderes hochladen, aber werde das jetzt am Dienstag noch hochladen, obwohl ich nicht weiß, ob wenn das Event um ist, ob das dann immer noch geht oder wann das gefixt wird. Vielleicht geht es bei euch schon auch gar nicht mehr. Im Fanschat bei uns kam das Thema nochmal auf. Ich weiß nicht, wo es her war, genau, aber es wurde dann berichtet, wenn man über Campfire-Rates sucht. Normalerweise siehst du immer ein Arena-Symbol. Das ist das da oben drüber da, dieses Graue. Dann siehst du immer, wenn ein Ei auf einer Arena ist und ein Raid angekündigt wird. Dann, wenn ein Ei aufgegangen ist, dann siehst du ja den Raid-Boss. Hier sieht man aber dieses Rizaros. Das ist ein aktiver Raid. Du siehst aber nicht den Raid-Boss. Das wird angezeigt sozusagen als Platzhalter, wenn ein neues Pokémon im Spiel ist und hier steht zwar dran, Wuffels. Aber dir wird kein Wuffels angezeigt. Wenn du über Campfire ein Wuffels-Rate siehst und das Wuffels ist auch als Symbol da, dann wird das ein Wuffels sein, was man nicht zur Zwielicht vormachen kann. Wenn aber du einen offenen Raid siehst, wo nur dieses Rizaros-Symbol dran ist und du weißt, es ist Wuffels, weil unten steht ja dran, Wuffels endet, um so und so viel Uhr, dann muss das was Besonderes, Neues, extrem Seltenes sein. Nämlich das Wuffels aus diesem Raid kann zur Zwielichtform entwickelt werden. Jetzt könnte jeder, der diesen Raid macht, ein Wuffels bekommen. Das wird nicht danach gewürfelt, obwohl ich auch schon gehört hätte, dass im Fangbildschirm nach einem Raid wird dann durch Zufall entschieden, in welche Form es sich entwickeln kann, ob es dazu zählt oder eben nicht. Aber wenn das vor dem Raid schon anzeigt, aus diesem Raid gibt es Wuffels mit Zwielichtformen, kann natürlich jeder sich daran labeln. Denn Ned Ghost hat das Thema groß nochmal in der Gruppe angesprochen, der hat auch immer mal geguckt, wo sowas aufging bei ihm in der Umgebung. Ich habe auch die Umgebung überall abgesucht, es ist trotzdem mega selten dann gewesen, dass du neben den ganzen Wuffels, die angezeigt wurden, ein Rizaros-Symbol hattest. Jetzt hat man ein Rizaros-Symbol gefunden, habe ich gleich mal reingepostet in die Raid-Gruppe. Für 15.10 Uhr hatte ich den gemacht, habe auch Zwielichtformen dazu geschrieben. Es haben sich etliche eingetragen, die eingeladen werden wollten und ein paar haben dann auch vor Ort mitgemacht. Und ja, es hat also funktioniert. Man hat das Wuffels gefangen nach dem Raid und man hat schon genau gesehen, da ist das Symbol dran für den Sonnenuntergang. Nicht Tag und Nacht, sondern das Symbol für den Sonnenuntergang, was dir anzeigt, dass das eben zur Zwielichtform wird. Wenn man drauf gedrückt hat, hat man auch gesehen, besondere Entwicklung kann nur bei Sonnenuntergang stattfinden. Jetzt ist das auch wieder so ein Ding, Sonnenuntergang. Meiner Meinung nach und viele andere haben auch gesagt, offiziell zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr kannst du das dann entwickeln, wenn du so eins hast, mit dem Symbol dran für die Zwielichtform. Bei mir ist es jetzt 15.41 Uhr. Wenn ich rausgucke, sehe ich schon, wie die Sonne, die geht eigentlich immer auf der Seite auf, wandert hier oben drüber und geht dann da hinten irgendwann wieder runter. Die Sonne ist jetzt dort hinten, die verschwindet mit der Zeit dann dort hinter dem Gebäude. Es ist noch nicht mal 16.00 Uhr, aber es ist schon irgendwie, ist schon sozusagen Sonnenuntergang. Und dann habe ich das auch, wenn ich nämlich jetzt hier reingehe, ich kann dieses Wuffels jetzt schon um 15.41 Uhr zur Zwielichtform entwickeln. Das ist das größte und schwerste Wuffels, was ich habe, aber das sitzt gerade in einem Showcase. Deswegen möchte ich das nicht entwuffeln, äh, entwickeln, entwuffeln. Ich weiß nämlich nicht, was dann damit wird. Zählt das trotzdem noch im Showcase oder weil ich es entwickelt habe, wird das disqualifiziert, fliegt raus. Also eigentlich könnte ich es ja auch verschicken und im Showcase ist es ja trotzdem. Ich möchte das aber trotzdem im Showcase einfach in Ruhe lassen, denn das ist das, was aus dem Ei gebrütet wurde. Das, da seht ihr, das ist ein ganz normales, das habe ich mir rübergetauscht, weil ich gucken wollte, ob ich vielleicht ein größeres finde als das, was im Showcase sitzt. Das ist natürlich kleiner gewesen. Da seht ihr ganz normal, jetzt ist es noch tagsüber, deswegen können wir die Tagform entwickeln, dann abends können wir die Nachtform entwickeln, aber bei dem hier, der aus dem Raid ist, ist auch das Zwielichtsymbol dran. Da können wir jetzt draufdrücken auf Entwickeln, können das einmal hier durchentwickeln. Das heißt, ihr könnt mit Campfire zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, nutzt ihr Campfire? Wisst ihr, was Campfire ist? Das ist ja eigentlich auch zum Chatten, wenn man jetzt Freunde hat im Spiel, nicht weiß, wie man die erreicht, habe ich über Campfire schon viele Leute dann gefunden, wo ich nicht wusste, wie heißen die denn in Facebook oder auf Instagram oder bei Telegram, konnte ich in Campfire meine Freunde sozusagen suchen, die auch Campfire runtergeladen haben und mit denen Kontakt aufnehmen. Dieses Volverrock ist jetzt in der Zwielichtform, dieses Volverrock haben wir jetzt entwickelt aus einem garantierten Raid und das ist meiner Meinung nach viel besser, als wenn man jetzt 10.000 Feldforschungen macht und irgendwann vielleicht Glück hat, eins zu kriegen, was man entwickeln kann oder wenn man 100 Eier brütet und ständig Geld ausgibt in der Hoffnung, dieses neue Volverrock zu kriegen. So musste man nicht 1.000 Raids machen, sondern wusste genau, dieser Raid mit diesem Symbol bei Campfire beinhaltet ein Wuffels in der Zwielicht, also was ich zur Zwielichtform entwickeln kann. Hammer gemacht, das war mein täglicher Raid, der hat auch zu meiner Medaille dazu gezählt, ich habe bisher noch nie ein Wuffels Raid gemacht, der hat für meine Medaille dazu gezählt, für unterschiedliche Raids, damit bin ich jetzt auch durch, die, die mitgemacht haben, haben mitgemacht und das ist der ganze Trick. Kannet ihr das schon? Ist das neu für euch? Konntet ihr das nutzen? Habt ihr das auch so gemacht? Viren- und Bedrohungsschutz, da müssen wir das Video leider beenden. Das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und guckt mal hier meine Showcases. Das Eierwuffels sitzt im Showcase, ist gerade Platz 2 und dann habe ich zwei Showcases, da musste die Nachtform rein, ich musste mir Wuffels von den kleinen Accounts tauschen, die ich aber vorher schon entwickelt habe zur Nachtform und die zwei größten sitzen jetzt in den zwei Showcases. Denn ich selber habe keine Bonbons gehabt und nichts und hatte keine Wuffels, bin froh, dass ich das eine jetzt überhaupt hier entwickeln konnte. Das war es von meiner Seite aus, vielleicht hilft das, vielleicht ist es auch zu spät, ich weiß nicht wie das ist, wenn das Event weg ist, ob das bei zukünftigen Wuffels Rates auch immer noch so sein wird, dass manche dann Zwielicht werden und manche eben nicht, ob das jetzt nur während des Events so ist, was mit denen aus Eiern ist und hin und her, aber ja egal, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.